Ja, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Wir probieren heute mit verschiedenen Nau-Getränken der Marke... Ja, der Marke Nau, zum Beispiel die Nau-Cola, wurde uns zur Verfügung gestellt von der Brauerei Lamsboy. Das meine ich, Marke Lamsboy. Ja, Marke Lamsboy. Wobei, die Marke ist eigentlich Nau, aber egal. Wurscht, wurde uns zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Es sind verschiedene Getränke, alle mit dem Bio-Siegel, alles wunderbar. Vor allem war es die Bio-Marke des Jahres 2011. Echt? Hast du rausgefunden? Da steht's. Hab ich gerade rausgefunden, ja. Gerade rausgefunden, weil's draufsteht. Und auch noch einen zweiten von Best New Product im Jahr 2011, auch Bio. Auch nicht schlecht. Steht da. Ja, also, äh, dann würde ich doch mal sagen, fangen wir mit der Cola an. Jawohl, wie immer von links nach, oder von rechts nach links durch. Nau, Black-Cola, 100% Organic. Äh, 100% Organic, 100% Organic Taste. Dann steht hinten Bio, 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 Bio. Eigentlich könnte man doch Bio ausklammern. Eigentlich schon, ja. Da steht drauf, äh, Bio-Zucker, Bio, was weiß ich was, ne? Bestimmt auch Bio-Kohlensäure und Bio-Wasser. Sehr geil, find ich den Deckel, wo sie nochmal das Cameleon draufgeklatscht haben, was ja den ja Emblem ist quasi. Karma, 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 Cameleon. Oder so ähnlich. Riecht nach Cola. Ja, riecht nach Cola, echt? Riecht nach Cola. Es ist unglaublich, aber wahr. Ja, und ehrlich gesagt, großartig näher einordnen kann ich es fast gar nicht. Ist allerdings sehr neutral gehalten. Neutral gehalten, leicht Zitrus vielleicht noch. Leicht Zitrus, echt? Ein bisschen. Ja. Geht auch vom Große, find ich, in Richtung Fritz. Alter, schäumt aber gut. Schäumt ordentlich, ja. Man hört sie auch, ich zumindest. Ja, hier hört man es auch für Aufnahme wahrscheinlich nicht. Nee. Geht, ja, geht nicht ganz in die Richtung Fritz, aber Fritz ist wesentlich kräftiger. Ich weiß ganz genau, wonach das schmeckt. Okay, jetzt bin ich beschwibbernd. Nach diesem Cola-Eis zum rausdrücken. Ja, allerdings weniger süß. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ja, weniger süß, aber wie dieses Cola... Ja, doch. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber du weißt, welches ich weiß. Cola-Eis. Das da. Das da. Was für Eissorten kennt man denn noch so von früher, als wir Kinder waren? Capri, dankeschön. Glaube ich. Anni halt, Capri ist das Getränk. Nein. Nee. Bum-Bum gab es früher. Das war das E-Bum-Bum. Das hat man sich nur gekauft, mit dem Kaugummi-Stängel. Genau. Und der Kaktus, das Kaktuseis. Und natürlich der Flutschefinger. Schelm, der da was Falsches denkt. Aber süffig. Sehr süffig. Also, sie ist nicht kräftig. Und vor allem, wenn wir es normalerweise, wie immer, gehört haben und dann auch probiert haben und dadurch die Bestätigung bekommen haben, Bio-Zeugs, Bio-Meistens-Schwache-Puffbrause. Einfach ohne Geschmack. Die da, ganz im Gegenteil. Es ist komplett Bio. Sie ist schon, sagen wir mal, schwächer, aber... Ja, aber nur schwach in der Süße, nicht im Geschmack. Ja. Ja, doch. Ja, genau. Das hilft wunderbar gut. Doch, äh, gefällt mir. Gefällt mir. Ja, sehr schön. Gleich die nächste haben wir hier. Now Orange Cola. Die Now Orange Cola. Also, ich denke mal, auch von der Farbe her, so ein Spezi-Verschnitt wahrscheinlich. Ist anzunehmen. Weil Orange Cola ist, ja, sagen wir mal so, würde mir jetzt nichts anderes einfallen, was es sein könnte, außer Spezi. Wie riecht das denn? Nach Spezi, aber wirklich das Original Spezi. Nämlich mit einem mehr Orange-Tick drin. Das riecht nach Cola-Kracher. Oder so. Und, oder? Riech mal, das riecht nach Cola-Kracher. Aber auch von den Cola-Krachern gab es ja einmal die Cola-mäßigen und die bräunlicheren. Wenn ich es richtig in der Ruhe habe. Ne, die sind immer braun. Ah, ne, die waren immer braun. Ne, stimmt. Die sind immer braun, aber da gibt es bunte dann. Genau. Die so fruchtiger schmecken. Stimmt, so war das. Gott, ich habe die schon ewig nicht mehr gegessen. Ich habe die letztens erst gegessen, deswegen weiß ich das. Und? Sehr süß. Sehr orange-lastig. Also es ist eine Spezi, die sehr orange-lastig ist. Ich finde es nicht zu süß. Ne, nicht zu süß. Zu süß gibt es für mich sowieso nicht. Ja, ja, klar. Also man darf das jetzt nicht vergleichen mit irgendwie Rockstar, was wirklich babsüß ist oder Monster oder sowas. Es ist nicht in der Liga eines süßen Energydrinks. Es ist, die sind alle von der Süße her sehr, sehr mild. Genau. Und du hast aber recht, es ist orange-lastig und aber nicht in die Richtung Fanta oder irgendein Orange-Soda, sondern echter Orangensaft. Genau. Steht auch hinten drauf, zwar aus Orangensaft-Konzentrat, aber Bio-Orangensaft-Konzentrat. Okay, also wir haben den Bio-Orangensaft gemacht und dann einen Konzentrat davon gemacht. Bio-Orangensaft aus Bio-Orangensaft-Konzentrat und auch hier könnte man Bio ausklammern. Dann muss ich nochmal, die ist auch nicht schlecht. Die ist echt gut. Die ist sehr gut gehalten. Die ist sehr gut gehalten. Also ich bin ja auch eher der Typ, also wenn man Spezi selber mischt, bin ich immer der, der mehr Orange-Soda oder was auch immer als Cola reinkippt. Okay. Und das ist so, also Cola, Fanta oder was auch immer, also Orange-Soda und nochmal Orangensaft. Sprite. Sprite. Nee, also vor allem, also wenn ich Spezi trinke, früher habe ich die mir zum Müsst geliebt. Dann haben sie ihre Rezeptur geändert gehabt und dann fand ich sie nur noch scheiße. Und seitdem, wenn ich mal gerne meine Spezi trinke, nehme ich eigentlich nur noch die Sinalko. Aber jetzt das hier ist echt eine sehr gute Alternative, gefällt echt gut. So, und dann haben wir jetzt zum Schluss noch die White Bitter. Wieder 100% Organic, das übliche, natürliche Kräuterextrakte. Ah ja. Bin ich gespannt. Bin ich echt gespannt. Aber ganz ehrlich, also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass die durchgängig gut sind. Das denke ich bisher auch. Also die scheinen sich echt Mühe gegeben zu haben. Ja. Aber die hier riecht einfach mal stumpf nach gar nichts. Also wirklich nichts. Ich rieche gar nicht. Doch, du riechst den Bitter raus. Echt. Also ich rieche den Bitter raus. Ich rieche ihn nicht. Vielleicht ist jetzt für den Platz. Ist es eine Rücksbrühe, ja. Nee, immer noch nichts. Sag doch mal, was zum Kohlensäure gehört. Wie man gerade gehört hat, hoch. Nein, es ist nicht so, dass ich sagen würde, es ist so eine richtig krasse. Aber es ist eher eine Tendenz ab. Ja, aber es ist angenehm gehalten. Nicht penetranten, nicht im Vordergrund. Scheult nicht im Mund oder sowas. Nein, gar nicht. Es unterstreicht einfach sehr gut den Geschmack. Ganz ehrlich, also ich finde, es hat nicht irgendwie einen eigenen Geschmack. Es ist einfach nur bitter. Es ist ganz leicht süß am Anfang und dann wird es bitter. Aber auch nicht penetrant bitter, sondern einfach leicht bitter. Es ist einfach ein bitter Getränk mit keinem Beigeschmack. Weißt du, was das schmeckt? Jetzt bin ich gespannt. Nach Martini. Moment, das könnte hinkommen. Geht in die Richtung. Wenn du Martini, wenn du den Alkohol wegnimmst und dafür Kohlensäure reinknallst. Kommt hin, ne? Kommt hin. Aber ist nicht schlecht. Also es ist nicht so wie, Martini kann ich inzwischen aus Gründen nicht mehr trinken. Aber das geht gut. Auch noch. Still. Ist jetzt für mich persönlich jetzt... Ja gut, wir sind ja jetzt nicht so die Bitterfreunde. Richtig. Aber trotzdem sehr leicht gehalten. Dezent. Von daher. Was hatten wir damals? Die kleinen San Pellegrino. San Pellegrino. Die San Bitter. Also sowas ist das nicht. Das ist gut, ja. Die waren richtig heftig. So, was haben wir now? Also jetzt... Now. Red Berry. Neue Rezeptur jetzt noch fruchtiger steht drauf. 100% Organic. 100% Taste. Oder 100%... Fruity. Wer hätte gedacht 100% Taste. Ich dachte immer nur so 50% und der Rest halt nix. Ja genau, kommt billiger, ne? Kommt billiger. Wir lassen die Hälfte vom Taste einfach weg. Das merken die eh nicht. Das merkt gar nicht. Ja. Lass mich raten. Riecht nach Beeren. Nach Roten wahrscheinlich. Schwarze Johannisbeere. Mit einem Schuss Himbeere vielleicht noch. Ja. Und auch ein bisschen in die Richtung Josterbeere. Sauri Oster. Was? Ein Joster. Ne, Josterbeere. Das kenne ich nicht. Doch, kennst du. Der Fittendecur ist Joster. Ist die Mischung aus Stachelbeere. Also von Star und Jo. Von der Sprache von Beeren. Jo ist von Johannesbeere. Johannesbeere und Stachelbeere ist Joster. Wie man weiß, bin ich ja eh kein Freund von Rotberry Getränken. Johannesbeere sagt, steht drauf. Weiß bin ich vom Hocker. Bio, Cranberry und so weiter, Fruchtaum. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber bisher ist es die schwächste. Ja, sie ist sehr bärig. Also sie hält, was sie verspricht. Sie ist eine absolute Redberry-Mischung. Geht für mich in die Richtung, was war denn das? Fritz. Fritz? Doch, die Fritz. Ah ja, die Fritz, ja genau. Die Fritz Red, genau. Wie hießen die? Genau, Apfelholunder irgendwas. Ich glaube Kirsch war noch mit drin, kann das sein? Apfelkirschholunder, genau. In die Richtung geht das, also zwar nicht genau, aber man muss sich das vorstellen. Wenn die Kirsche weglässt, dann ist es glaube ich das. Ja, ja. Also eben, es ist mehr Johannisbeer dafür, aber es bleibt ein Rotmix. Mix vor allem, ja. Ja, aber es ist okay, aber von denen bisher ist es schwächste. Und Kohlensäure bleibt. Und Kohlensäure bleibt. Leck um ihr. Naja, machen wir weiter mit Green Herbs. Der grüne Herbert, Green Herbs. Der grüne Herpes. Der grüne Herpespilz. Ja. Green Herbs, was sind denn Herbs? Blätter. Ah, einfach nur Blätter. Man erreiche mir den Öschmer. Wengel. Dankeschön. Die Putze räumt er hier wieder auf, ne? Bayer Club, aka me. Wir probieren Putze. Wo ist der Rost, wo wir mal brauchen? Oh, 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 oh. Oh? Oh was? Oh Backe? Das riecht verdammt kräuterig. Ui. Ich kann jetzt nicht genau definieren, was für Kräuter. Ricola Reimdudler aufgelöst. Ne, 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 nicht so. Zitronengras. Echt? Zitronengras? Ne, ich finde es... Plus Ingwer. Zitronengras plus Ingwer. Echt? Mhm. Ne, kriege ich jetzt ganz ehrlich nicht eingeordnet. Was steht denn hinten drauf? Ähm... Olytherblütenextrakt, Apfelessig, Grün-Tee-Extrakt, Bio-Kräuter-Aromen. Die haben auch immer alle schlimm für den Pilz. Schlimpfl... Bin mal gespannt. Aber ganz ehrlich, den Essig riechst du ein bisschen raus. Ja. Das ist am Ende säuerlich. Ja, das ist säuerlich. Ach. Oh Gott, das wird bestimmt grausam. Hm. Ist gut. Das ist geil. Ganz ehrlich. Das ist geil. Du schmeckst den Grün-Tee raus. Ja. Du schmeckst die Kräuter raus. Du schmeckst zwar nicht welche Kräuter, aber sie sind da. Du schmeckst nicht welche, aber sie sind da. Ja, ja. Du merkst einfach, es ist kräuterig. Und dann kommt Apfel. Ganz zum Schluss. Dann kommt Apfel, aber nicht mäßig. Den Essig merkst du nicht. Es kommt zwar am Ende säuerlich, aber... Das könnte auch allgemein Apfel sein. Ein Apfel ist ja auch sauer. Kann sauer sein. Kann sauer sein. Kann sauer sein, je nach Marke, klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, den finde ich bisher am geilsten. Gell? Der ist cool. Vor allem, ich kenne nichts Vergleichbares. Das ist wirklich was für sich. Das ist wirklich was für sich. Also ganz ehrlich, wenn ich drauf lese, Apfelessig, dann werde ich eher abgeschreckt und denke so, what the fuck? Ja, vor allem die Kombination aus Apfelessig und Grün-Tee. Und Kräuter. Und Kräuter. Und es ist geil. Wer hätte das gedacht? Es ist gut. Das wird das hier schon mal ein ganz großes Go. Das ist der Hammer. Es ist vor allem, ohne Scheiß, durch den Grüntee und so weiter und alles ist brutal erfrischend. Ja. Und die Kohlensäure ist hier... Da wurde eiskalt im Sommer. Also im Vergleich zu denen ist da die Kohlensäure nochmal ein Stück tiefer. Tiefer gefahren. Und das kommt sehr, sehr erfrischend. Wirklich sehr angenehm. Das ist bisher die Empfehlung. Hätte ich nicht gedacht. Eigentlich haben wir noch zwei. Eigentlich haben wir noch zwei. Jetzt haben wir die Fresh Lemon. 100% Organic. Und wieder 100% Taste. Habe ich aufgefangen. Dein Sack hat es aufgefangen. Nein, das war hier. Achso. Ja, da trage ich meinen Sack. So. Am Knie. Lass mich raten. Nach Zitrohle. In die Richtung. Es riecht eher so ein bisschen nach Bitterlemon. Es sieht auch so aus wie Bitterlemon. Riecht nach Bitterlemon und vielleicht noch so ein Zitronensaftkonzentrat. Weißt du? Sowas, was du mit so in die Drinks reinschüttest. Ja. Und genau so schmeckt es auch. Echt? Sehr sauer im Abgang. Aber du hast doch gesagt Bitterlemon. Ja, du hast gesagt Bitterlemon. Ja, aber du hast gesagt Ja. Dann riecht es ja. Es ist am Anfang sauer, es ist am Ende sauer, zwischendrin auch. Es ist Bitterlemon ohne Bitter. Also Lemon. Es ist Bitterlemon ohne Bitter. Was bleibt da noch übrig? Ja, aber Lemon ist ja kein Getränk, aber Bitterlemon ist ja ein Getränk. Ja. Das wollte ich damit sagen. Ja. Nee. Klar, als Mathematiker bleibt Lemon übrig. Schon klar. Eben. Ich bin Mathematiker. Nein, für den Mathematiker. Schon klar. Es wird rausgekürzt. Ist doch logisch. Ja, logisch. Es klammert sich raus. Ja, es ist eine gute, saure Zitronenlimo. Aber keine Besonderung. Also im Vergleich zu den anderen Sachen, die schon relativ gut rausstehen, schwirmen die jetzt mit der Masse. Die sind einfach individuell. Genau. Und die sind was Schönes. Und die sind auch einfach, sagen wir mal, so herausstechend, dass man die, gut, man kann sie irgendwie vergleichen. Kann sie einordnen. Aber man muss sie schon mal probiert haben. Richtig. Das hier, sowas findet man doch des Öfteren. Jetzt zwar nicht vielleicht genau mit dem Geschmack, aber schon so in die Richtung. Also wenn du bei einer Sprite die Süße etwas reduzierst und dafür die Säure erhöhst. Und die Kohlensäure reduzierst. Und die Kohlensäure reduzierst. Also für die, die Sprite oder sowas zu süß ist, für die ist das recht wichtig. Die holen sich einen Mountain Dew, damit es weniger süß ist. Genau. Meine Empfehlung des Tages. Für wen den Sprite zu süß ist, holt euch einen Mountain Dew. Ja. Lass es nochmal kosten. Aber mögen tue ich sie trotzdem. Ja, still good, but, ja. Vielleicht, man sollte bei der hier, glaube ich, ein bisschen die Kohlensäure runterfahren. Findest du? Also ich finde sie genau richtig. Also vielleicht ein bisschen. Dann kommt die Zitrone noch ein bisschen mehr durch. Und dann wäre sie für mich perfekt. Aber ist auf jeden Fall bisher auch alles gut. Also bisher die am schwächsten. Die Rote ist schwach. Das heißt, oder nichts, die ist immer noch gut. So, Sunny Orange. Sunny Orange vor allem. Sunny. Sunny, soll ich doch rufdringen, oder was? Du konntest sie mir nicht verkneifen, oder? Nee. Warum habe ich ihn nicht gebracht? Weil ich schneller war. Verdammt. Ja. Ich mache mal die Poren frei. So. Nach Orange, aber... Sorry. Sunny Orange, oder nicht? Nach Orange. Aber sehr, sehr dezent und vor allem nach Zeste. Also nach... Ja, ja, schade. Ich sehe es schon. Der Kohlensäuregehalt ist etwas höher als bei den anderen. Alter. So stark, oder? Ja. Und die hat Nachgeschmack. Die bleibt mir in den Zehen hängen. Bisschen. Nö, bei mir nicht. Also, die ist am Anfang... Aber es märkt... Säuerlich, säuerlich orange. Und dann kommt die Orange etwas... Vor allem Orangensaft. Ja, Orangensaft kommt dann penetranter. Und dann verfliegt er so leicht und dann bleibt so eine Citrussäure. Also keine Zitronensäure generell, sondern so in die Richtung Zitrusgetränksäure. Aber ich muss sagen, es ist vor allem wirklich das, dass es nach Orangensaft schmeckt. Und nicht nach irgendeinem Konzentratgedöns oder nach irgendeinem künstlichen Aromazeug. Sondern es ist wirklich, dass man denkt, Orangen ausgepresst, Zucker dazu. Also wirklich klassisch, wie man eine Orangenlimo sich vorstellt, wie sie gemacht wird. So schmeckt die auch. Und dann noch ordentlich Kohlensäure rein. Und zwar nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern drei Schübe. Aber ich finde echt, sie ist schon von dem Vergleich, das ist die heftigste an Kohlensäuren. Aber geschmacklich würde ich jetzt nicht sagen, dass sie in der breiten Masse untergeht. Ganz im Gegenteil. Das ist eher eine, die raussticht. Und zwar ins Gute, absolut Positive. Die ist top. Also weißt du, Fanta ist mir mittlerweile auch einfach zu... Oder generell so Orange Sodas. Sie sind mir einfach zu süß und die schmecken einfach künstlich. Und das schmeckt nach Orangensaft. Geht dann über in eine angenehme Zitrone. Kohlensäure vielleicht etwas runterfahren. Aber sonst, top. Gefällt mir sehr gut. Also die Jungs von Nau wissen, was sie produzieren. Das muss man in echt lassen. Die haben nicht ohne Grund die Biomarke des Jahres 2011 gekriegt. Von mir würden sie allgemein getränktes Jahr aus 2011 kriegen. Die Adresse www.drinknow.de Beziehungsweise die Firma Lamsbräu stellt natürlich noch mehr her. Hier die Adresse. Bleibt uns ansonsten nur noch... Das Ranking rauszugeben. Das Ranking? Das Ranking für mich heute. Also das ist der ganz klare Verlierer. Obwohl er... Immer nur im Vergleich zu den anderen. Die sind alle, muss man nochmal sagen. Alle. Und kann man alle, ohne sich das zweimal überlegen zu müssen, direkt holen, wenn man sie sieht. Kistenweise. Das wäre dann erstens der Verlierer. Was ist der Gewinner? Also das würde dann im Ranking danach kommen. Das würde im Ranking danach kommen. Dann würde für mich... Für mich ist das hier ein Mitgewinner. Und direkt danach das hier. Und danach die Spezi, sag ich mal. Und der Rest. Gut, die Cola war auch nicht schlecht, aber die würde jetzt auch noch mit der Masse runtergehen. Die drei. Platz zwei, Platz drei und danach das hier Platz vier. Für mich wäre Platz vier dann die Cola. Und die zwei, ja, gut. Mal probieren. Wer ein Martino oder Alkohol mit viel Kohlensäure trinken will, kann sich die dann... Die drei auf jeden Fall die Gewinner und auf jeden Fall probieren. Das ist unsere absolute Empfehlung für euch. Die Empfehlung der Woche definitiv und des Tages sowieso überhaupt. Die Woche! Die Woche! In diesem Sinne, adios. Bis zum nächsten Mal.